Servus Leute, in diesem Video geht es um den Switch Push Up. Beim Switch Push Up geht es im Endeffekt darum, dass wir dann mit den Händen wandern und einen kleinen Push Up. Ich mache es mir kurz vor, es schaut so aus. Ganz normal Push Up, dann wandern wir auf die eine Seite. Nächster Push Up, wandern wieder zurück. Push Up, wieder zu der Seite. Push Up und wieder zurück. So, wandern wir von Push Up zu Push Up zu einer Seite zur nächsten. Das ist der Switch Push Up.